Wann kommt denn bloß der Impfstoff, wann kommt der Impfstoff, also Leute, hier bin ich, die Pharmaindustrie. Lutsch, 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 Abstand. Jens, Abstand, Abstand. Abstand. Kameras an. Ich präsentiere euch, den Impfstoff! Ja, der hatte nur ein Auge. Ja, bisschen Nebenwirkungen sind immer. Aber vielleicht hat er dafür Spätfolgen. Also ich meine, vielleicht ist er dafür sehr effektiv. Komm, probier mal aus. Komm her, Virus. Und fass. Mutier, mutier. Nicht funktionier. Oh Mist. Ich bin's. Ich bin's. Die zweite Welle. Ah, zweite Welle. Wer rettet uns denn jetzt? Wer rettet uns denn jetzt? Habt keine Angst, Leute. Hier ist euer Erlöser. Hier ist die Echse.